Was passiert, wenn das im Prinzip nur... Ne, da passiert nichts. Gehen wir weiter da links. Sicher? Ja. Oh. Fuck. Manu. Das muss irgendwo da sein, so. Irgendwo da muss da... Da muss da... Wie ist die Lage? Vielleicht auch eine Pflanze, die hochgeht. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wurgler? Wahnsinn. Mit Waypoint. Da links. Das muss das hier sein. Ma. Lol. Ich lebe. Was bringt mir das? Vielleicht da oben drauf. Ja, irgendwie nicht. Boah. Ma. Nice. Okay, damit wir gleich viele Leben haben. Da oben. Ja, wie soll ich da hochkommen? Das gibt ich. Oh. 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 Und jetzt? Ma, schon wieder! Oh, bist du scheiße, ey. Oh je. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hehehe. Ich glaube, da ist das nicht. Wir kommen da bestimmt nach links. Komm. Komm mit. Ja, genau. Es geht da zur anderen Seite. Möchtest du nach links? Warum? Nein. Ich glaube, das... Wir sind schon dann vorbei. Hier muss das sein. Ja, aber wo? Ich wollte da noch ausprobieren. Ja, genau. Ich habe mich auch... Oh. Ich habe mich nur gefragt, ob da links vielleicht was ist, wenn man das aktiviert. Weil er kann ja... Okay. Okay. Wo soll das sein? Ich schätze mal hier links jetzt. Echt? Wenn man das aktiviert, dass man dann einfach nach links kann. Oder auch nicht. Nein. Da nochmal aktivieren. Mach. Achso. Vielleicht kommt da noch was. Ja, aber wann? Oh. Ja toll. Und jetzt? Mö? Oh. Wir sind dran vorbei. Hier unten. Genau da. Stimmt, da geht nicht. Musst die aber lange ausprobieren. Oh cool, guck mal. War das unten von der anderen Seite? Wie? Na hier, zurück. Guck dich. Warte, warte. Ich kann ja gleich nochmal zurück. Da ist die letzte. Okay, dann müssen wir wirklich zurück. Help me. Wo denn? Warte. Da links kommt jetzt so ein Felsen. Ja. Und der von der anderen Seite. Stimmt. Dann springen wir. Hä? Echt nicht? What the fuck? Ne. Die gemeinert ist. Ja. Soll man denn darauf kommen? Ne, ich schätze mal echt ein bisschen weiter zurück nach links. Du meinst du rennst nicht mehr so wie so ein Berserker durch den Level? Doch. Und wir fangen nochmal von vorne an. Und warum von vorne? Ab mit Waypoint und ist alles okay. Kommen wir nicht zurück. Doch. Ich kann fliegen. Ach. Wir können doch jederzeit zurück. Deswegen. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Ja da oben. Oder hier. Oder hier. Also drüber fliegen kann man glaube ich auch. Ja, ich versuche gerade. Geht nicht. Geht nicht. Ma. Nein. Darfst du nicht machen. Da unten links. Stimmt. Warte. What the fuck? Die war die erste. Da war die erste. Echt? Ja. Hier nimm. Okay. Dann können wir dir eingrenzen im Prinzip. Dann kann sie hier auch nicht sein. Woah. Was ist denn wenn da einer der Felder eine Blume drin ist? Hier schon? Lol. Hahaha. Ich bin der Wahrsager. Jaja. Du bist Uri Geller. Ich weiß. Wie er da nicht hochkommt. Bin ich doch. Was? What the fuck? Guck mal. Da hab ich's wieder gefunden. Ja. Tschüss. Jetzt kann man durchraschen. Raschen. Jetzt mach ich das. Ich auch. Ja du auch. Ich würde sterben. Nein du. Ja. Nein du Trottel. Ah. Da tötet der uns beide. Und zwar direkt am Anfang. Ich mach auch Toast. Haha. Ja wieso? Du bist tot gegangen. Nicht ich. Wir müssen die Nummer sammeln. Nein, das Gute. Oh. Und jetzt soll die Blume. Hier, dann hörst du mal auf, Scheiße zu machen. Dann verschwende ich auch nicht unsere beste... Falsche Richtung. So. Hier, nicht nur unten ballern. Ja, ehrlich? Hätte ja sein können, dass du so ein dumm bist. Guck dich doch mal an, wer ist denn gerade gestorben? Nicht nicht. Guck mal, kommt der noch nicht mal da hoch? Besser als du. Brauchst du ja gar nicht. Brauchst du? Ja, was? Ja, was? Mach das. Jetzt der pisst dich, ey. Das ist doof, weil da ist noch ein so ein Ding. Lass mich, bleib mal eben hier. Maaah. Aber schön, dann ist das ein super Ding. Halt schon jetzt. Boah, ist der Lama, arsch dich nicht. Lass das. Ah, sehr gut. Ja, finde ich auch. Nein. Mach. Mach. Und das ist das, Leute. Das ist das. Nee, das ist scheiße. Okay. Ja, danke. Oh, schade. Tja, wer hat denn wieder mehr Leben als du, ey? Wer ist denn das? Sag mal den Namen von dem, ey? Ganz knapp. Mario. Mario. Sag meinen Namen. Mario. Mario. Dann geh mal links, links. Und war rechts mit dem Schloss? Nichts. Links, links. Links, links. Okay. Mein Gott. Und dann rechts. Ne, runter. Links, runter. Links, runter. Gangnam Style. Runter, rechts. Bitte links abbiegen. Drücken Sie bitte die zwei. Jetzt. Let's go. Let's go. Yay. Oh, die sind gut. Willst du das haben, ne? Ah, ne, ist das schon weg. Schade. Voll dich ärgern. Wo brauche ich nicht? Ich kann die Viecher auch so gut leiden. Tschüss. Alter. Wah, wah. Gott sei Dank. Oh. Da links ist was. Oh. Oh, ne Minute. Och, guck mal. Und geht weiter hoch. Fuck. So, der am Rumspacken ist den ganzen Tag. Ich bin schön gemütlich. Du bist schön. Fick dich doch. Und ab geht's nach oben. Warum? Weil du so leicht bist, oder was? Nein, weil die vier nach oben fliegen, wenn du drauf bleibst. Ich bin schön gemütlich. Verpiss dich. Ah. Na, hol schnell. Boah. Alter. Hol. Schnell. Opfer dein Leben. Opfer dein... Okay, hast du gut gemacht. Boah, er spackt dir die Hand da drum und dann kacken wir nur ab. Und kräftig sein ohne drüben, rumpf, 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 rumpf. Und dann kräftig sein kann ich nicht nur ab. Parakeferparadi. Wie. Oh, schade. Das ist nicht verlierend, würde ich dollars. Klar. Oh, der Arm, keine. Hol die Münze. sehr erfolgreich da rette mich schnell ich kann aufliegen alter das war schon aussichtslos und habe ich nur gerettet wie schön ich bin die fetten die halten uns nicht dann ist super knapp der war auch sehr gut muss kleiner rechts nur da ist zwei leben springen ist mir egal ich habe ja wieso hat der mache man das mal das mal reinhängen und unbesiegbarkeit und fliegen geben ist schon lustig wer hat denn schon wieder neuen leben weniger wer essen hat ja mehr hast du die bestimmt nicht ja dankeschön das ist nicht gut bei den panzern da rutscht man ab ne ja genau warum kann er nicht mehr fliegen schwul war sehr blöd guck mal 10 leben wollen wir gleich kurz noch bestellen ich krieg dich gleich vielleicht drück ich kenne einen asiaten da kann man bestellen dann kriegt man leckere nudeln war asiatisch sollte mich auf nudeln stehen würde was los oh wie fett der ist ja asiaten mag also asiaten esse ich nicht so gerne alter du fett sack aua warum regnet ach so weil wir musik machen mit den piechern das ist gut das ist alter jetzt entspann dich mal bitte ok ok let's go let's go ich sollte vorher ein bisschen küfen berühren ja toll hätte ich mich drauf gestürzt hätte ich ihn wahrscheinlich noch gekriegt ey oh der ist so fett du bist so fett das war bestimmt die mutter von der oh wir können sogar beide drauf na der zieht nicht bei mir klar vibrier doch mal alter oh schade danke jetzt tanzt hier nicht die ganze Zeit wieder rum ich kann dir ja vorstellen wenn er das allein obwohl da hast du nicht dann hast du mehr Ruhe glaube ich ja ich nehme den ah sehr gut euch 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 rip euch babe euch ihr dürft